Ein herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming. Heute wieder Valheim mit dabei, da haben wir Meister Phil, der mit dem Troll-Umhang Junior. Ja und wir gehen in die Grabkammer und dann gehen wir zum uralten Boss. Schon los oder was? Ja, da ist schon ein Action. Da ist noch einer. Hier Mark, wer macht's? Warte. Er kämmt grad noch, Moment. Könnt ihr da kurz warten? Ich muss noch was essen. Ja, okay. Oh, Geist, Geist, Geist. Das ist schon kaputt. Junior, Würfel. Ei, ei. Geld, Pfeile, Rubine, Federn lasse ich liegen. Münzen habe ich noch. Ja. Der Münzen könntest du mir geben. Ja. Ähm. Und ab die Post. Ab die Bobo. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Schäbert. So, da geht's wieder runter. Kontakt. Im Moment. Ja. Na, wie das Sack, also. Umdrehen. Ja. 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 Hier gibt kein mittleres Tor. Zwei Türen, die linke zuerst. Ach. ja ist nix gut dann machst du es schon mit dieser kammer hier ist noch eine tür hier ist noch eine tür noch eine tür nach der tür attacke kommen ja richtig viel jetzt ein platz geld kann ich dir geben machen oder aufnehmen habe ich beides habe ich beides ich habe vier knochen wenn jemand knochen hat das machen wir jetzt nachher dann kommen jetzt hier in die große tauschbörse machen ja hier ist noch eine tür auch noch mehr würfels richtig viel überwitz hier sind noch robine er nehme ich habe ich nicht für dich hast du da immer den durchblick nicht verliert das ist echt systematisch durchgehen dann geglaubt schon wahrscheinlich den weg merken dann weiß es immer erstmal abladen oder die box hier oder ja aber die ist voll da gehe ich ja schon zurück aber guck mal ein paar sachen vielleicht noch mitnehmen ich bin ich habe keine slot mehr eben ja aber paar sachen hat er zu in der reihe nehme ich mal kurz er könnte ja mitnehmen und bei mitnehmen der junior braucht immer heftig wahnsinnig tut aber das tor könnt ihr alles zu machen ok sonst kommen die affen noch rein gibt es hier affen ja direkt hinter dir juni ja ich meine da raus jetzt aus der kiste oder was ist los ich bin voll was ein gegenstand verhindert ist ok hat mein sinn aufgenommen abgebaut so ich habe sechs schön bringt sie hoch beziehungsweise zwei kann schmier geben da bauen wir gleich noch hier noch ein portal wieder ein verbindungsportal ich habe keinen platz muss erst abladen sorry Oben. Oben. Rubini. Bernstein Zeugs. Ah scheiße. Hartzi, Hartzi. Hartzi, Hartzi. Frage? Soll ich noch zwei mitnehmen? Zwei. Zwei Würfel. Ich nehme jetzt zwei mit. Ah scheiße, ich will ja hier oben bauen. Nimm auch nochmal zwei mit, ja. Okay. Beziehungsweise, wir gehen jetzt nicht irgendwo anders hin. Und wir hauen jetzt der uralt Dings und dann... Dann kommen wir erstmal zurück. Ich meine, was wir nachher machen, können wir an der Stelle von den Dinger ein Portal hin. Wenn wir dann genug Würfel haben. Erst da an der Opferstätte. Warum soll man da nochmal hin? Wir müssen ja noch das Ding, das Opfer Scheiße hinbringen. Das hast du doch dabei, oder? Der uralts Arm. Ne, das... Das... Das, was wir kriegen vom uralt Fuzzi, müssen wir doch an das Scheiß Ding hängen. An den Stein. So stimmt, ja. Kannst du vergessen. Ich will jetzt mal einen Raben schießen. Gibt drei Federn. Das hat sich ja gelohnt, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt... Gehen jetzt zum uralt Bus, machen den Blatt und dann gucken wir weiter. Oder? Ähm, Moment. Soll ich noch Dings mitnehmen? Äh... Soll ich die Innereien reinmachen? Du musst ja beim Fleisch rein, bitte. Okay. Gut. Ach, Scheiße. Schon wieder Sonne. Du hast viel hier entdeckt. Aktiviert ihr mal noch eure Karte, bitte. Hab ich. Hab ich auch. Wir sind nur beide grad oben. Ah, okay. Ich hab gedacht, das hat schon gut jetzt. Oh, Bärle. Blaue Bärle. Oh, ja. Einpacken. Die brauchen nicht für Mehl und für... Ah, ja. Genau, Junior. Keine blauen Bären benutzen. Ja. Zum Fressen. Wenn du einen Snack brauchst, Honig haben wir mehr als genug. So, ich komm jetzt auch wieder drüber. Oh, ich hab eine Höhle entdeckt. Farbkammerhöhle. Ne, sieht nach Trollhöhle aus. Ah, das ist die Uhr. Ja, glaub ich. Der Wald bewegt sich. Ja, das... Stört uns nicht. Komm einfach rüber. Wenn ihr Disteln findet, bitte auch mitnehmen. Brauchen wir dann für Würstchen. Ah, da ist einer. Es sind mehrere. Ja, Ariane, ist egal. Du noch. Drinne. Drinne. Was? Base. Ja. Eichen zwei, oder? Äh, ja. Jetzt nicht mehr so viele. Nein, ich meine, ob zwei Leute zur Abwehr rein. Du und Achim, meine ich. Wer hat da das Tor aufgelassen? Ich renne da rein. Ich renne da rein. Oh, ja. Ich renne da rein. Ich renne da rein. Du und Achim, meine ich. Und ich war nicht draußen. Hallo. Kommst klar? Mhm. Ja, zum Glück. Es ist ein Hebel. Man sieht fast nix. Ja. Es wird aber jetzt Nacht. Also, ich komm. Oder soll man eine Runde schlafen? Weil jetzt im Dunkelwald rumfummeln. Ich komm zurück. Okay. Da. Da war ein Boot wieder beschränkt. Ach, du Weit職feuer in der Nähe. Feier aus! die uns bei dir jetzt auch so viel gar nicht bei uns stürmt brutal hier ist nur neblig so schlafen wir papa muss erst kommen ich lege mich schon mal hin so ich schon mal essen nee oder warte noch losgehen so ich hab' einen Läufer in meinem Zimmer was ist es wirklich ein Mädchen schon gesund und wie er rührt voll in die Luft Wenn ich näher dran gehe, verputzle ich. Gutes Nächtli. Gute Nacht. Jupp, komm auf. Gute Nacht. Bei dem stürmsten Wetter ist es besser, wenn man ein bisschen schlaft. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Soll ich erstmal was? Nein. Schon wieder. Hallo. So, gehen wir los? Jo. Mach mal du alte Blatt jetzt. Ja. Fehl du mich noch was zu futtern. Hab grad. Ach, nehm ich hier dann noch deine zwei Dings. Jetzt gehen wir los. Ja, dann hab ich vier dabei. Ne, nimm gar keine mit, bitte. Okay. Dann bitte gleich kommen, wir haben ja... Unser Schiff ist gesunken. Ja, komm. Ich muss grad sagen, irgendwas scheppert da? Oh, nö. Was? Das packt, oder? Ja, es packt irgendwie. Ja, es packt irgendwie. Jetzt steht's wieder. Reparier's mal. Hast du schon Hammer dabei? Ja, gemacht. Puh. Oh, Alter. Also, fahr mal los. Achso, ne, wir müssen laufen. Laufen. Laufen, ja, damit ihr eure Energie behaltet. Oh, den Honig fressen. Und keine Waffen gezückt haben? Ne. Also, Achim, du spitzst, oder? Ne, du bist nass. Achim, du spitzst, oder? Achim. Rechtsrum ist besser? Ja. Kann ich nicht aufklären. Ja, der Junior hat das Schild aus. Dann ist das schön aufmerksam. Ja. Sieht schon nicht cool aus. Und macht er das eigentlich? Weil, wenn du die Waffen geklückt hast und dann auf Erd drückst, dann steck ich die Waffen weg und dann legt das aufmerksam. Ah, okay. Also, ich mach's, also, ich drück immer die Zahl wieder. Ah, okay, mach das dann auch. Ist jetzt egal. Das ist der uralte Klopfen. Also, der wird uns auch mit Gift besprühen. Wir können uns aber hinter Felsen verstecken. Ja. Und schön mit Pfeilen draufhalten. Mhm. Ähm. Hast du jetzt diese Metmischung dabei? Ja. Ah, die könnte ich auch noch geben, ja. Stopp. Ja. Halt. Kann ich trinken. Zweifel. Danke. Das heißt, ja, das Ding trinken wir jetzt vorher oder danach. Äh. Ich hab keinen. Stopp. Ich hab keinen. Ich hab jetzt mal eins. Genau. Ich hab jetzt zehn Minuten Giftwiderstand. Nehmt eins. Ja. Okay. Und der Ecktür auch aktivieren? Hab ich nicht. Hab ich noch 43 Sekunden. Können wir noch kurz warten dann? Dann können wir ja eh schon mal hin. Oh. Ja. Da ist die Wand dann. Das Tempel. Bist du nass oder schwitzest du? Ne, du bist nur nass. Nass. Jetzt nicht mehr. Ich will mal kurz. Wo sich am Feuer wärmen? Sehr geil. Verbrennen ihren Nachwuchs. Ui. So, der uralte Samen. Ja, Moment. Wart mal auf der Ecktür. 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 Ja, du hast keine Ahnung. Ja. 3, 2, 1. Ja, Feuerpfeile breit. Wart mal. Wart mal. Ich hab jetzt gerade auch die Kraft gekriegt. Ja, ist doch gut. Viel aktiver ist. Ja, ehrlich. Ja. Oh, scheiß. Die wandern. Schön verteilen, ja. Nie zusammen irgendwie. Ach du heilige. Oh, der hässlich. Oh, der ist hässlich. Ich bin fiesig. Ne, der ist auch Holz. Da muss er brennen wie es auch. Brennelt, brennelt. Oh, ich wäre von Pflanzen abarkiert. Oh, stimmt. Da sind Pflanzen noch. Und von Tentakel. Ich bin tot. Oh, die muss man kaputt machen. Passt auf. Passt auf, Leute. Ach, das sind die, wo sie gestiegen haben. Boah. Oh, der hat erst echt wenig Schläge gekriegt. Boah. Äh, Schläge gekriegt. Also, ich bin tot übrigens, falls es nicht mehr gekriegt hat. Die Pflanzen sind richtig. Giftig. Ich bin doch tot. Das ist mich. Juni hat da unsere letzte Hoffnung. Er hat noch gar nichts. Ich glaube, wir müssen da weg von dem, von dem Thron. Ja, ja. Weil da kommen die Pflanzen raus, da. Ich bin grad durchs Portal. Toll, meine Gegenstände liegen voll in der Matsche drin. Alter, der macht Steine kaputt. Ich hab nebenbei mal Kupfer gefunden. Es ist scheißegal auf Kupfer. Mach den Typ jetzt platt. Beschieß ihn. Bescheiß ihn. Bescheiß ihn. Bescheiß ihn. Und nicht sterben, bis wir da sind. Ja, komm da. Ist jetzt egal. Wir kommen ja auch schnell. Allerdings lieb schnell hin. Ich weiß nicht, ob er dann nicht aufhört. Da zu sein, weißt. Wenn alle tot sind. Satus. ein viertel abbekommen habe ich seine lebensleiste ich gebe euch ein tipp wenn ihr seht dass er diese zentakel ausmacht in eine richtung ja ich bin ganz einfach weg weil er kann doch nicht mal korrigieren schon dann auch anfällig mit vollem visieren appena Jetzt brennt er wieder, die Dregs auch. Die Tentakel kommen um die Steinsäulen nicht drum rum. Jetzt macht er wieder so kack, so kack Tentakel-Dinger. Achim! Wir haben echt den ersten Drittel. Ah, jetzt habe ich mir den Kopf getroffen. Pflanzen! Mache Pflanzen am Nachkampf kaputt machen? Ja. Aber gefährlich. Ja, aber das ist gefährlich. Oh, Tentakel! Jetzt hat er mich hier bis hier. Was zu essen vertragen? Ja, nicht jetzt. Der ist doch ein Hausholz. Ja. Meinst du mit der Axt? Weiß ich nicht. Aber ich habe zu wenig Ausdauer dafür. Alter, der will mich tot rampen. Ich habe hier vorne vorgetroffen. Ich hole mich so langsam, voll scheiße. Ja. Hast du genug zu essen? Ja, ja. Hauptsächlich Fleisch fressen, gell? Ja, ja. Ist drin. Wir haben jetzt schon über die Hälfte. Ja. Mit der Axt gibt es übrigens nicht viel. Okay. Ich komme jetzt von der anderen Seite. Ja. Okay. 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 Ich habe keine Fallen mehr. Ich habe keine Fallen mehr. Ja, ich mach mal neue Pfeile, ich bin tot, aber ihr habt ihn gleich, Leute. Ich muss mich mal kurz ein bisschen zurückziehen, mich erholen. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade Pflanzen gehört und nicht das, was ich dachte. Also braucht noch jemand Pfeile gerade. Ja, ja. Na gut, 46 habe ich noch. Ich habe noch, glaube ich, ach, nee, noch nicht 80. 64. Ich habe keinen Ausdauer. Federn brauchen wir noch. Da war's. Da war's. Ich hab gar keine Feuerpfeile mehr, gell. Ich schieße grad mit normalen Pfeilen. Ach jetzt, schießen einfach. Ja, wenn ich die ganze Zeit ran... Wir dürfen nicht an der gleichen Stelle sein. Okay, 400 Pfeile sind im Anflug. Oh, Pflanzen! Komm, wir haben ihn gleich! Ja! 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 Aua! Pfff! Nix, Aua! Alter, schau! Boah! Boah! Boah, schau! Boah, was hat wer werbt? Schumpfe da Schlüssel! Ja, genau den brauchen wir für... Alles niedergemäht hier! Thomas Haschke kriegt, komm her, Junior! Komm, zeig mal! Also ich habe... Nein, zeig hierher! Ich will's da lernen! Oder sonst irgendwas, wenn man da irgendwas lernen kann. Da kann man nix lernen! Weiß rüber! Gib's ihm dort einfach! Sumpfe Fliegerschlüssel! Iiii, ich hab ne uralte Koffeer! Ja, komm, hör damit! Einfach mal durchwechseln, dass es jeder mal hat! Boah, schau hässlich! Eifer bippste! Das war jetzt a fight! High five! Ähm! Ich hab noch Schwert in der Hand! High face! Tisch! Voll in die Fresse! Ich will auch! Ich will auch Zeug! Ja, da kommt der Nackige! Das ist der Kling an mich, Achim! Da! Aber du kriegst auch noch einen separaten... Hey, jetzt renn doch nicht weg! Ja, ich hab mal grad Steine weggeschmissen! Ja, das ist eh ne Frage! Aber wenn wir wahrscheinlich in der Nähe sind, kriegen wir die alle, oder? Ja! Ja, wir haben ja auch beides Ecktür gekriegt! Achso! Achso! Achso, das überträgt sich an euch! Achso! Achso! Ja, ich schätze nicht! Geh mal zurück! Mhm! Und Leute, wir haben es geschafft! Vielen Dank fürs Zugucken! Ja! Nächster Halt! Sumpf quasi! Erst Ausgangsbasis, dann Sumpf! Bis dahin! Lasst ein Abo und ein Like da! Tschüssi! Aui! Tschüss! Tschüss! Das war das!